Ansage Ja gut, dann halt nicht. Hi. Hi. Willkommen zurück bei Dead by Daylight wie angekündigt. Willkommen in der Gruppe. Kugeln wir uns diesmal selber wieder die Fresse ein, weil ich glaube ich es da nicht so gut geklappt hat. Ich glaube ich hab mein Steam immer noch auf... Die Versicherungsvertreter Mafia ist unterwegs. Ich glaube ich hab mein Steam immer noch auf Rußland gestellt. Ja, heute sind wir zu Gast bei mir die Medizinhochschule Frankfurt. Ja. Die wir gesehen haben. Oh. What the fuck? Wollen wir ab alles loswerden, ne? Was dreht sich da nicht um von dir? Also zwei Sachen die sich nicht umdrehen. Ja, aber das... Eins hat sich von euch auch nicht umgedreht. Ja. Ich wette das Killer-Progress das für Instant-Stern. Wenn man die Sachen nicht verliert, dann kann man die auch mal einsetzen, ne? Also... Ich hab mit den letzten Punkten wie gesagt meine Survivorin gelevelt. Das habt ihr gestern beide mitgelebt. Ja, aber das heißt ja nicht, dass du deinen Killer nicht vorher ohne unsere Anwesenheit gelevelt hast entsprechend. Ja. Ich hab mit den Killer total schlechte Runden gehabt. Ich stream das nächste Mal für euch, was ich da für Pussys hatte. Entweder haben die alle geheaved, weil ich sie aufhängen wollte, oder sie haben instant getamed. Ja, sie haben sich instant getamed. Ja? Ja, ich hab noch nicht mehr gestellt. Oh, es ist so dunkel. Das ist natürlich jetzt doof für meine Aufnahme. Ja, bin ich meine Aufnahme. Wirklich doof für die Aufnahme gerade, ne? Also wer immer das war, den müsste ich jetzt eigentlich schlagen dafür. Du kannst das doch nachkorrigieren am Ende. Ja. Ich halte dann so einen Baustrahler nach oben drüber. Wie funktioniert das? Keine Ahnung. So. Wie gesagt, heute prügeln wir uns wieder selbst in die Fresse Blau. Es wird eine kleine Erinnerung geben. Und zwar wird es eine Runde pro Spieler geben mit einem hochgelevelten Killer und eine mit einem Bibi. Oh. Hi. Jo. Jo. Jo Bro. High five. Ich habe gehört. Ne, ich hab nichts gehört. Yeah. Oh, guter Fähigkeit. Glückwunsch. 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 Kann auch mal extra verkacken. Huch, was war das denn? Hage ich in die Luft? Was war das? Na 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 na. Ich musste etwas, ich muss etwas nachprüfen. Na 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 na. Okay. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Guten Tag. Gut, tschüss. Ja. Ja. Fuck. Ich meinte nein, nicht, nein, nicht Vortex. Nein, nein. Ja, nicht mehr. Pfff. Muss ich jetzt ein scheiß Blatt nochmal welche brauche. Nein. Ne doch, Mann. Ach. Obi, wir haben alles. Hallo. Hallo. Nein, nein. Sag ich doch, sie hat den Instant Kale Perk. Sag ich doch. Ich hab gesagt, ich werde mich an euch rächen. Nein. Ich hab dir nichts getan. Muss ich an Feier rächen. Aber ich finde gut, dass Vortex das erstes gestorben ist. Warum? Weil ich Vortex mag. Weil ich Vortex mag. Das heißt also. Er gehört jetzt zu mir. Er ist jetzt ein Killer. Aber die kann dir den Instant Kill Perk ja nur einmal pro Spieler verwenden, oder? Das weiß man nicht. Ja, einmal pro Spieler wäre dann trotzdem viermal in der Runde. Einmal pro. Einmal pro Spieler wäre dasselbe wie alle. Einmal pro. Einmal pro Spiel. Und Vortex ist jetzt auf meiner Seite. Er sitzt jetzt auf meiner Schulter. Nein. Nein. Ich bin der kleine Dämon, der immer die schlechten Sachen sagt. Ich läuft jetzt gegen die Wand. Ich läuft jetzt gegen die Wand, das finde ich gut. Lalalalalalalala. Oh Gott. Umso weniger sind wir Feier nachher da. Sie wird mich zum Schluss aufheben. Ich weiß es jetzt schon. Feier. Rette mich. Nein. Hallo. Komm bleib hier. Ich hab auch was für dich. Alter. Leute. Ja. War ne schnelle Runde. Was denn? Wir müssen es schaffen. Wir müssen allein überleben. Ich weiß was ich mache. Ich versteck mich im Schreck oder was? Nein. Feier, wie weit bist du? Gar nicht. Wir müssen noch ein Ding reparieren. Ihr beide befindet euch auf jeden Fall irgendwo. auf dem anderen Teil der Map. Ja. War ne? Also ich kann so viel sagen. Sie befinden sich auf jeden Fall auf derselben Map wie du. Das finde ich gut. Meine Hände schwitzen gerade schon wieder. Meine Hände sind kalt. Meine Hände sind immer kalt. Meine Hände sind eiskalt. Das ist viel. Mein Zimmer ist eiskalt. Der Himmel ist blau. Yeah. Was hat Butter da eigentlich für so ein Perk hier? Wenn man sich den mal anguckt sieht, als würde irgendeine Frau in Wald scheißen. Die haben auf mich aufgeschrieben, ne? Ähm. Der scheiß ist ja von Wald. Nicht? Die hast du verkauft, schon vergessen. Verdammt. Das bist du selber schuld. Aber ich geb dir noch immer noch Scobys Geld. Die hast du aber auch schon verkauft. Wasser darf mir nicht schulen. Der schuldigt mir noch 100 Gold waren. Ich hab gar kein Geld. Wuch. Wann steht hier ein Auto auf der Karte? Das ist meins. Seit ich's gefahren hab. Das ist meins. Pfff. Ein ohne Scheißes Auto ist mir irgendwie nie aufgefallen. Oh Mann. Hallo Brotherly. Nein, ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Nein. Dann geht die andere Richtung. Das ist die falsche Richtung. In die andere Richtung ist wahrscheinlich Feier oder so. Keine Ahnung. Oh, Feier werd ich mir doch holen. Keine Sorge. Da hinten links. Geh da hinten hin. Feier, ich komm zu dir. Nein, nein. Du hast nen Bau. Huch. Entschuldigung. Die Luke ist freigeschaltet. Hallo. Oh ja. Mann, du hast mein Bildschirm so versaut, jetzt hat man nichts. Das war ja damals nicht. Du Schaum. Würd ich's sowieso nicht kriegen, das seh ich schon kommen, weil du jetzt feige in der feige Pussy bist und durch die Luke herum haust. Wenn er's empfindet. Du müsstest nämlich wissen, Feier ist ganz feige, hat Angst. Ja, ich weiß. Was? Der macht sowas. Er stellt sich nie wie ein Mann. Was? Sollen wir eins gegen eins machen? Komm. Oder ein Kilo und wir machen eins gegen eins. Morgen zwölf Uhr auf dem Marktplatz. Ja, bin da. Na ja, sehen wir den Dickeren hat. Die Dickeren was? Der bringt ja im Kampf aber nix. Den Dickeren, den Dickeren Perk oder so, ich weiß noch nicht. Oh, der kleine Fireland. Fireline, Fireline. Jetzt macht die Tür auf. Ja. So für mich. Nein, ne. Oh, ist ja nicht die was. Jetzt mit Handschuhe, Schal und Mütze. Dead by Daylight. Na ja, rutsch doch von der Maus auf und trifft einfach niemand mehr. Ja, wahrscheinlich. Äh! Äh! Kräh! Ja. Mega anstrengend, wicht ey! Hallo! Hiiii! Das war lustig. Ja, sie schmeckt gut, danke. Bitte. Was ist das Rezept dafür? Ja, dreimal Holz und einmal ein bisschen... Was für Holz? Tüchenholz. Und Seile nicht zu vergessen. Ja, Seile sind ganz wichtig. Stofffetzen brauchst du, du brauchst Stofffetzen, du brauchst Holz, du brauchst Seile und ein bisschen Zombieschmiere. Okay. Dann warte. Hä? Oh. Hä, aber da war doch irgendeine Sekundäranleigenschaft. Also jetzt... Ey. Hallo, Feier und jetzt friss. Friss es. Ey. Ey, nicht da, da juckt's. Leute, guck mal, voll mit dem Kopf in diesem Haufen rein, Alter. Voll mit dem Gesicht in die Scheiße. Ah, hat Spaß gemacht. Ich glaube, sie mag uns nicht. Das war einfach nur, du hast denselben, du hast denselben Ding, er sollt die Klappe. Nein. Ja, Kuri, hast du mich mal gesehen. Doch, da werde ich hundert Euro mit dir. Also Leute, ihr wisst, was passiert, wenn er Keller ist. Du hast die Geflüster gehabt. Ja. Ja, und? Ihr wart halt zu laut. Ich hab nix gemacht. Du hast zu viel geflüstert. So, jetzt nehme ich einen Low-Killer. Aber ich hab doch gar nix gemacht. Ähm. Also richtig verstanden hab ich's auch nicht, wann wie das geht. Ähm. Wenn ich anpassen, wusste das da oben. Boah, wie nehm ich denn mal? Gute Frage. Ich weiß es. Öff. Ähm. Ne, da wollte ich mich hin. Da wollte ich hin. Alle Überlebenden beginnen die Runde gemeinsam. Yay. Wer hat's den Aktenkoffer weggelegt? Hallo? Hm? Ne Aktenkoffer wäre in die Hand. Nee, warte, ich will das nicht gar nicht. Ich brauch kein Scheiß hier. Sehr gut. So. So, dann kann ich das wieder rausnehmen. Natürlich nicht. Was ist das hier? Okay, nehmen wir das wohl so. Okay. Ähm, achso, Moment mal. Nee, ich bekomm den Fingernägel. Einen Moment, einen Moment, ganz kurz noch. Okay. Okay, gut. Ähm, los geht's. Los geht's. Er kaut sich da wieder an den Fingernägeln. Ich bin's nicht. Brechen deine Zähne dabei ab. Er darf nicht, seine Zähne müssen heile bleiben. Genau. Ey, alle Gemeinsamen. Die Zähne sind härter als meine Zähne. Ebenkreidebeutel. Auto. Warum, wer macht denn das mit dem Autohafenschrottplatz immer? Ich nicht. Dann kriegen wir mal die gleiche Map. Keine Ahnung, wer das sein könnte. Wir kriegen doch immer nur die gleiche Map, wenn du das machst. Wer hat denn gestern in den Zerbeibachrunden helleres Mondlicht gefordert? Oder bis jetzt wieder das hellste? Wir haben alle überlebt. Überlebt. Ja, das ist aber schon Ironie gewesen, Alter. Und das gegen Mayas. Das hat uns geholt. Vor allen Dingen dieser Mayas, der ist so oft an mir vorbeigrafen, habe ich kein einziges Mal gesehen. Der hat aber so geblendet von dem hellen Mondlicht. Der hatte wahrscheinlich, der Spieler hatte wahrscheinlich Scheuklappen auf, so. Er konnte nur geradeaus gucken. Oder, nee, nee, nee. Er hatte sein Messer zu hart poliert. Das hat einfach so dann reflektiert in seinem Messer. Das sind einfach geblendeter. Und das wusste ich natürlich vorher, deswegen habe ich die auch ausgewählt. Ah, feier, du kleiner Cheater, du. Das ist alle Strategie. Ach, wegen dir haben wir gestern die ganzen Scheiß-Camper nur bekommen. Warum? Du hast die alle ausgesucht. Natürlich. Nee, nee, wir haben die bekommen, weil die Dead by Daylight-Server wussten, dass er immer rumhackt und haben uns absichtlich Scheiß-Killer gegeben. Weil sie ist wirklich beim Autohafen geleitet. Yay. Es ist irgendwie heller geworden. Yay. Hey, 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 vor mir steht ein Trottel, ich geh weg. Was, vor mir steht ein Trottel? Wollte kurz sagen, warum sollten wir jetzt uns trennen? Brother, kommst du jetzt wieder her? Wasser. Oder gehst du jetzt nicht gut? Trennungsgrund. Wir gehen da ran. Meinungsverschiedenheit. Boah, du hast dieselben Haare wie ich, du bist voll scheiße. Ja, und? Oh, oh. Oh, Alter, ich hab hier zwei Bitches für mich. Da kommt was. Da kommt was. Da kommt was. Was soll denn da kommen? Da ist ja nicht mehr... Da kommt was. Wird's ja nicht als was bezeichnen. Bin der Geiste. Anna, Formationsschützenreihe. V-Formation. Wir gehen in den Angriff über. Feuer auf eigenes Ermessen. Ach, Braga-Li. Geh doch Feuer reagieren. Du hättest lieber bei den anderen bleiben sollen. So wie er's gesagt hat. Kann er spielen nicht. Ich kann er spielen nicht. Ich... Beste Ausrede. Ich kann er spielen nicht. Was hast du da gerade überhaupt für einen Jump gemacht, Alter? Er macht die Palette runter und springt in dem Moment komplett darüber. Also über diese Palette. Das nenne ich gut. Er hat noch so einen halben Salto dabei geschlagen. Das ist ein neuer Perk. Olympics, Paralympics. Ach so. Paralympics. Wasser hängt. Nein. Was haut denn der eigentlich auf diese Glocke? Das ist neu eingefügt worden. Das ist halt schon seit zwei oder drei Updates so. Den Geister... Meiltest du doch. Den Geister hat neben mir dabei gespielt. Hatte ich doch sogar gesagt. Dann meiltest du noch, ja, ja. Er haut jetzt auf seine Glocke. Hab ich in den Patchnotes geschrieben gehabt. Wow. Hab ich. Das sind aber lustige Leute. Ja, hast du gesagt. Aber das sind aber lustige Leute. Wir haben darüber geredet. Das sind aber lustige Leute. Was? Der haut jetzt auf der Glocke. Da ist er. Ich find's auch lustig. Ja. Der läutet jetzt seine Glocke. Die ist in der Nähe. Weil da, wo du bist. Merk ich schon. Ich fühle mich einsam ohne dich. Hm. Los. Eins gegen eins. Gleich hier vor mich hin. Wolltest du mich anfurzen. Warum immer auf Wasser? Er hat irgendwas getan. Wasser ist klein und niedlich. Ja und? Dann töt ihn er nicht. Guck mal, ich häng ihn auf den Präsentierteller. Bitteschön. Alter. Das ist gemein. Ich seh nix. Ich seh nix, alter. Dankeschön. Das ist wirklich gemein. Das war jetzt nicht mal doof gemeint, dass ich nix sehe. Ich hab wirklich nix gesehen. Ich bin tot. Was? Du? Was? Warum? Du musst eine Leertaste drücken. Hab ich doch. Du musst das schnell hintereinander drücken, Junge. Habe ich. Ganz schnell hintereinander. Kannst du nicht einfach sterben. Aber ich bin... Mann, ich wär, ich, das war... Ich versuch's wieder mal zu retten irgendwann. Ich hab genau so schnell gedrückt wie immer. Immer lässt du das Team in Stich. War's zu langsam. Nein. Ich hatte einfach keinen Bock mehr auf euch. Hab ich auch nicht, deswegen bin ich Killer geworden. Ah, deswegen... Kannst du mal was machen? Anstatt die fiesse durchs U. Alles meins. Alles meins. Mein... Mein Schatz. Mein Schatz. Mein Schatz. Mein Schatz. Alles meins. Hast du ja Kreditkarten gefunden oder was? Die kommt. War Gold drin. Boah, Gold hat's was Schatz. Ey, verbiss dich. Ey, verbiss dich. Immer dieser Eingriff in unsere Privatsphäre. Ja, echt mal. Immer dieser Palettenverschwenderei. Aber ein Zentimeter. Immer diese Vollidioten, die sich in der Paletten verstecken. Das ist eine Strategie, die durchaus erfolgreich sein kann. Das ist keine Strategie, das ist einfach Palettenverschwenderei. Wenn du da stehen bleibst und die kaputt machst, dann ist das nicht mein Problem. Ja. Ich bin doch nicht so doof und lasse dir die damit, du beim nächsten Mal wieder Frau der Lukas machen kannst. Echt? Bade. Genau. Nein, nein, das heißt ja auch, hau die Surah und ich hau den Lukas. Ja, stimmt. Falsch verstanden. Schon richtig. Wir könnten hätten wenig Spielen, das wird gleich jetzt überleben, da echt zum Abfuck der Gesellschaft. Oh, fuck it. Du machst das! Da bin ich nochmal davongekommen. Fuck, sind die ganzen scheiß Paletten, wenn ich welche brauche? Feier! Was denn? Ich hab extra auch hier bestellt, aber die ist schon nie eingetroffen. Wir waren die scheiß Paletten, wenn ich welche brauche. Toll. Das ist nicht nett. Ey, was machst du da? Ich weiß nicht, dass du da bist. Was heißt? Wow! Leute, ich hab vorher ge... Was war das? Keine Ahnung, ich hab nur Pling gehört. Ich spring aus dem Fenster raus und renn dir unter das Messer und du triffst mich nicht. Ich hab keine Ahnung, frag mich nicht. Back to business. Warum geht das nicht? Aua! Was zum Fick machst du da? Was heißt Aua? Bugusing oder sowas. Ich hab keine Ahnung. Ich war überhaupt auf der anderen Seite. Ich war überhaupt auf der anderen Seite von der Palette und plötzlich bin ich weg. Ah, fuck, du bist ja immer noch da. Ja, und jetzt hab ich dich ja auch. Mano. Mano. Ich war gestern, dass du in der Maniküre du gehst mit der schönen, dreckigen Nägel. Ich wollte sie so wieder heile machen. Ich wollte sie noch schöner machen. Ach so. Ja, dann, äh, vier. Fünf Euro. Sie kämpft. Entschuldige mich, das Geld. Voll der Kämpfer. Ich... Hallo, warte. Du bist voll der Cheater. Ich kämpfe dich besser. Doch, du hast mich aufgehangen und machst immer noch... direkt danach da. Ja, weil ich dich noch geschlagen habe. Du musst dich sofort in Luft auflösen in diesem Moment. Ach so, ach so, du meinst so. Warte, warte, du meinst so, oder? So. Okay, bitteschön. Sie kämpft. Ja, ich campe. Es macht Spaß. Wollt ihr auch mal. Ja. Du bist voll der Cheater. Du bist voll der Lachen. Ich hab gar keine Cam zum Campen. Aber in der Gegend hier würd ich ja nicht unbedingt campen wollen, also... Ja, stimmt wohl. Ja, aber eigentlich ist das doch schön hier. Ja. Ja, oder weniger. Warum? Na, egal. Ähm... Ach ja, da war ja was. Nee, du solltest weiterlaufen. Ey, was macht ihr denn da? Ich sterb doch jetzt sowieso wieder. Warum? Oh, Skorys Problem war, er ist direkt neben mir durchs Fenster gesprungen. Ich hab ihm sowas von gehört. Musstest du schon wiggeln? Obwohl ich dich gesehen habe. Ja, ich musste schon struggleen, ich bin jetzt tot. Ja, ich hol... Ich hol Vortex wieder zu mir. Du kannst sagen, da war doch was. Ich war noch so jung. Und ich war so schön. Ja, ja. Wartenschlag, Katastrophen. Ich bin noch nicht geflogen. Und jetzt bin ich tot. Was? Mein Leben war perfekt. Ja, du warst so schön und hattest einen tollen Vollbart. Er hatte ein Skori-Arsch im Gesicht. Du musst wiggeln, Skori, wiggeln! Und ich hatte zwei Weile, war fast für mich alleine. War noch so ein anderer Kerl, aber ist egal. Und warum fliegt das Holzstück da oben in der Luft? Weil... Ich hab mich gerade nämlich auch so gefragt. Hat fliegen. Es hat fliegen gelernt. Lass es. Das war nicht so gemeint zu dem Holzstück. Ja, mein Holz. Skori, lass dich nicht gehen. Lass dich nicht gehen, du musst leiden. Ich wusste, dass der irgendwo in der Nähe ist, der kleine Dreck sagt. Du musst voll irgendwie vorbeigenaufen. Aber kein Geld. Warum gehst du nur auf ihn? Weil ich ihn mag. Er riecht nach Honigblüten und ich hasse Honig. Ich dachte, du magst keinen Honig. Hä? Was? Ah! Schwein gehabt. Weg. Oink, oink. Nein! Außendem mag ich keine Versicherungsvertreter. Hast du irgendeinen Versicherungsvertreter? Es ist aber nicht Mr. Grey Grey. Es ist nicht Mr. Grey Grey. Er wiggelt nicht mal. Er hat keinen Bock. Er hört sich nicht mehr. Er will jetzt einfach nur noch sterben. Boah, Alter. Lass doch den armen Versicherungsvertreter in Ruhe. Nein! Und du zeig dich jetzt. Jetzt hau ich dich. Also ich hau nicht so oder so, aber es ist eine andere Geschichte. Ja, besorgst du ihr. Was? Besorgst du ihr. Weiter. Skurri. Warum? Das ist nicht umsonst da. Ich wusste es, dass da wieder jemand hinter mir sein will. Das könnte recht nicht wahr sein. Komm immer von hinten. Weißt du doch. Geht das? Warum geht das nicht? Verstehe die Eigenschaft nicht. Aber egal. Was für eine Eigenschaft? Willst du dich etwa selbst heilen? Ja. Geht glaube ich nicht, solange du ein Mad-Kit dabei hast. Sonst müsstest du glaube ich M2 drücken, wenn ich mich nicht täusche. Hallo. Hi. Ich hab das auf jeden Fall schon oft in den Streams bei. Nee, es ist ein Add-On für das Mad-Kit. Und eigentlich... Ja, 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 ich mein das ja. Kannst du mal aufhören? Danke. Mach doch gar nix. Polonese. Polonese. Palette. Palette Polonese. Liebes Freierzieher. Holz, ein Seil und vier Zombie-Matsche, bitte. Was? I? Ja, das ist Palette. Daraus braucht man die. Möchte in meinen Bagger rein, danke. Den Bagger dann so wegfallen, ob die Geistblatt rollen. Hallo, Palette. Haben wir es denn jetzt gleich? Schade, dass du keinen Punkt dafür kriegst. Nein, ich suche Paletten, Mann. Wir müssen alle noch raus, 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 alles muss raus. Gibt es dafür ein Achievement? Leider nicht. Alle Paletten zerschrottet. Oh. Das war jetzt schlecht. Ich war für die Madcast nicht. Ähm. Na, machen wir denn hier ein. Ach, der. Kannst du nochmal um den Kreis rennen, das macht Spaß. Ja, du hast dich wahrscheinlich eh freigewingelt, bis ich renne und... Das weiß ich nicht. Meine Finger tun nämlich langsam weh. Nämlich leider hab ich keinen Perk hier. Keinen Perk? Wenn ich sie so an Perks auch finde ich gut. Soll ich's öfter geben. Hä? Oh, hast du ein Glück, dass ich jetzt gerade Orientierungsschwierigkeiten hatte. Was war das denn jetzt für ne Scheiß? Och Manu. Warum hast du das gemeint? Ich weiß, die hat nicht mehr weiter gelaufen. Es tut mir leid. Ich hab dich echt nicht gesehen ohne Scheiß. Der hat nämlich gerade nach unten geguckt. Keine Ahnung warum. Ich fand das ganz witzig. Scheiße, alter Leute. Leute, wir gehen die Paletten aus. Tut was. Auf der anderen Seite sind noch welche. Selber Schuld. Echt mal. Was ist verdient? Ich tue was hier für uns. Für uns, wir sind alle schon tot außer du. Ja, tu dir selber Fee. Er kann jetzt nicht erwarten, dass mir Schmerzen zugefügt werden. Ich glaub das Medikit ist gleich leer. Warum liegt noch ein Werkzeugkasten in der Kiste? Damit kannst du nicht weiterverhalten. Ja, damit kannst du nicht zusammenschrauben. Damit kannst du den Haken kaputt machen, an dem wir nicht angehen gehen. Aber machst du jetzt gleich? Nein. Lass mich in Ruhe. Nein. Privatversichert. Das ist nicht die Nurse, ja? Doch und trotzdem. Der hat tatsächlich noch eine gefunden. Und noch eine. Und noch eine. Vielleicht findest du ja gleich zufällig die Kluke. Das wäre lustig, oder? Das wäre wirklich lustig. Oh! Reicht nein! Ganz krass. Ey, kannst du jetzt mal aufhören. Alter! Irgendwann ist dann auch mal Feierabend, junger Mann. Nein. Ich will weiterspielen. Ich will auch nicht ins Bett. Ich will wieder in den Sandkasten zurück. Ich will weiter Landburg bauen. Boah, meine Finger. Wird jetzt Zeit fürs Bett. Unter Nacht ein Feier! Unter Nacht Feier! Vielleicht kannst du einfach mal... Oh, doch mal. Kämpfer! Ich glaub, keiner von uns beiden hat mehr auf die Luke geachtet. Ich hab nur auf Paletten geachtet. Och mein. Oh Gott. Weißt du, immer diese Bettel, ne? Ah, schön. Dein stagsigen Bein da. Äh. Äh. Wie guter will es sein? Ah, wenn ich so viele Punkte wirklich kriegen würde. Das ist ja so schön. Aber in Tapferkeit habe ich volle Punktzahlen. Mann, wirst du tapfer. Ja, ich bin. Ja, ich bin.